Timo Bornemann kam von Fortuna Düsseldorf zum BVB und jetzt macht der 20-Jährige sein erstes Drittliga-Tour. Traumzuspiel, wie gesagt, von Passalic. Dortmund dreht das Ding und ist weiter hungrig. Und wie hungrig! Richman, Tetschi, hebt das Ding einfach über alle Flügel, 22. Minute, 3-1 Dortmund. 22 Minuten erst gespielt und schon vier Tore. Tetschi, auf lange Pfosten, hebt den Ball frech über alle ins lange Ecke. 3-1 führt der BVB nach 0-1 in Stadt. Mit zwölf Minuten.